Ja, das Team von Valerio Ismail belohnt sich heute gegen Sturm. Es gibt gegen die Steirer einen deutlichen 4 zu 0 Heimerfolg. Der Last beginnt in weiß von links nach rechts. Sechste Minute, es geht gleich einmal schnell und direkt in Richtung Tor der Grazer. Michal auf Balic, Teuter 7 Handel mit der guten Tat, der Schuss auch nicht platziert genug. Wunderbarer Pass von Michal in die Schnittstelle. Balic startet genau richtig gegen 9 der Startelf bei Sturm mit schlechten Stellungsspiel. Der anschließende Eckball und es wird gleich noch einmal gefährlich. Der Abschluss von Trauner fällt aber zu zentral aus. Die Linzer sind präsenter und handlungsschneller in den Zweikämpfen. Beispiel dafür Hollands mit der Balleroberung gegen Sakic. Es geht anschließend über Renner. Der nimmt ein wenig Tempo raus, verzögert geschickt, wartet auf den perfekten Moment mit dem Zuspiel auf Balic. Hierländer kann nicht entscheidend klären und dann ist es Peter Michal in der 8. Minute mit dem 1 zu 0 für die Oberösterreicher. Balic kommt mit vollem Tempo, Renner mit guter Übersicht. Hierländer muss das entschlossener klären. Michal reagiert gedankenstelle, er zählt sein 4. Saisontor. Die Führung ist auch zu diesem frühen Zeitpunkt verdient, weil die Grazer finden in der Offensive zunächst überhaupt nicht statt. Die Linzer bleiben sehr präsent und zielstrebig. Gernot Trauner, Jörg Simhandl mit der herrlichen Flugeinlage. 24. Minute, tolle Schusstechnik vom Abwehrchef der Linzer. Der hätte genau gepasst. Der anschließende Eckball. Der Lask kommt gleich noch einmal in Ballbesitz. Die Reingabe auf Ragut. Siebenhandel. Dominik Frieser, das 2 zu 0. Frieser neu in der Startformation für TT mit seinem bereits siebenden Saisontor. Saisontor. Ragut steht beim Zuspiel von Balic nicht vorne. Frieser dann genau richtig. Gegenspieler Avlonitis ist zu weit weg. Der Lask ist bereits zum elften Mal nach einer Ecke erfolgreich. Das bedeutet Topwert und das bringt auch Trainer Ismail in Ekstase. Hinten lassen die Linzer nichts zu. Vorne zeigt man sich eiskalt. 39. Minute, Holland, Trauner, Hussein Balic mit seinem ebenfalls siebenten Saisontor und dem 3 zu 0. Diese Variante, die kennt man bereits. Holland sucht Trauner an der ersten Stange. Der Grazer Hirländer ist bei der Kopfballverlängerung auch noch dabei. Balic mit Fehlwucht und Entschlossenheit. Siebenhandel ist machtlos. Erst kurz vor der Pause gibt es dann die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste. Fieril Despodov auf Kiteshvili. Unangenehmer Ball für Teuter. Schlager zur Pause führen die Oberösterreicher aber klar mit 3 zu 0. Nestor, Elma Estor auch heute wieder gesperrt auf der Tribüne. Er nimmt das Ganze stuisch zur Kenntnis. Dann kommt Balai, kommen dann bei den Kratzern für Dominguez und Friesenbichler. Der neue Spielballer hat kurz nach Wiedebeginn auch gleich die Chance auf sein siebentes Saisontor. Der 29-jährige Albaner vergibt. Trotzdem, es gibt Applaus von Nikon El Maestro. Die Stryker zeigen sich jetzt vor allem in der Offensiv, er verbessert, kommen zu guten Torgelegenheiten. 52. Minute. Edes Podov scheitert im 1 gegen 1 an Schlager. Der Nationalteam-Torhüter bleibt lange stehen, macht das geschickt. 20 Minuten später, nach dem Eckball, gibt es den Abschluss von Ivan Ljubic. Der trifft nur die Stange. Ablonitis kann den Abpraller nicht verwerten. Pech für Ljubic. Schlager wäre ohne Abwehrmöglichkeit gewesen. Dann zeigen auch wieder einmal die Linzer, dass sie sehr gepflegt kombinieren können. Der eingewechselte Jean-Clauus, kein optimaler Winkel, aber davor bewegt man den Ball richtig sehenswert. Joker, Reiter, Holland und Michael initiieren das Ganze. 82. Minute diese Aktion. In der Nachspielzeit gibt es noch ein absolutes Highlight. Es wird spektakulär. Jean-Clauus mit einem Traumtor. Es ist bereits sein elftes Saison-Tor, das 4 zu 0 für den Lask. Ein toller Schlusspunkt aus Sicht der Oberösterreicher. Er vollendet akrobatisch, perfekter Bewegungsablauf. Wirklich sehenswerter Treffer von Klaus. Auch alles in Ordnung, kein gefährliches Spiel. Der Lask darf am Ende jubeln. Man gewinnt völlig verdient mit 4 zu 0 gegen Sturm Graz. Da ist natürlich auch eine Menge Erleichterung dabei bei den Linzern.